Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Happy Wheels auf unserem neuen Kanal. Ja, ich bin der David und ich habe mich mal entschlossen ein paar Happy Wheels Let's Plays hochzuladen. Und ja, also ich spiele das Spiel noch nicht lange, also dementsprechend bin ich auch nicht wirklich sehr gut. Und ja, dann lass mal loslegen, oder? Also ich habe das jetzt hier nach Rating geordnet. Und nur die Videos, die heute hochgeladen wurden. Und dann lass mal loslegen, würde ich mal sagen. Also hier Happy Wheels Park. Schöner Rechtschreibfehler mal hier. Enjoy mit I. Alles klar. Okay. Now entering Happy Wheels Park. Alles klar. Okay, da bricht sich mein Sohn mal gleich die Hände. Oh. Komm, Papi, ich will schaukeln. Ich will schaukeln. Papa, ich will schaukeln. Boah. Wow. Kommt man da nicht durch? Mist. Wow. Eine Wippe. Ne, aber echt coole Idee, Mann. Wupp. Papa, irgendwie tut mein Arm weh. Ich stehe jetzt auf die... Ah, scheiß Penner, hau ab. Kommt ich da jetzt nicht hoch. Komm schon, Grandpa, you're silly. Ja, dein Grandpa ist echt silly. Hier mal die Kinder überfahren. Kein Problem. Kommt man, Jeremy. You can do it. Yeah, you can do it too. Ach, komm schon. Ich muss da hoch. Kind, hau ab. Nein, doch nicht zurück. Also ihr seht, ich spiele das noch nicht so lange. Und gleich wurde... Sofort wurde er zerfetzt hier. Lol. 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 Wie komme ich jetzt da hoch? Oder... Das gibt's doch nicht. Ja, ich komme da gar nicht hoch. Ja, wo geht's denn hier weiter? Ja. Okay. Nein! Nein! Mist, man, da drück ich einfach auf Shift und dann ist es schon vorbei. Ah. Komm. Nochmal. Aber das ist auch so eine Scheiße, wenn die so lange Levels machen und dann bist du schon so weit und dann passiert irgendwas. Und dann musst du das ganze Level nochmal von Anfang spielen. Wieso bricht's denn mein Sohn die ganze Zeit die Arme? Oh, Papa. Ja, okay, jetzt komm. Aber der Opa ist auch blöd. Ey, mal zermalschen. Jo, das ist so. Mein Sohn, mach dich fertig. Jetzt komm hier auf die Rutsche. Auf die Rutsche. Hey, Junge, verpiss dich. In zwei geteilt, okay. Und gleich hier drauf. Schafft man das da überhaupt hochzukommen? Ich frag mich gerade echt, ob man das schafft, da überhaupt hochzukommen. Ah, Mist. Ich komm da einfach nicht hoch. Papa, ich bleib hier und spiel ein bisschen, okay? Kein Problem, man kann's hier rumspielen. Wie lange du willst? Ich komm da jetzt nicht hoch. Man kann ja auch nicht irgendwie springen mit dem Fahrrad, oder? Das ist natürlich blöd jetzt. Nein! Ach, komm schon, das regt mich auf. Komm, nächstes Level hier. Bottle Run. Okay. Schauen wir mal. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Nein, ich schaffe es. Und weg bin ich. Okay, komm nochmal. Aber Bottle Run ist auch schwierig. Schafft ihr das, oder? Wie macht ihr das eigentlich? Weil ich hab jetzt keine technische Technik, außer das Späuble-Rat. Oh. Geschafft. Nach fünf Minuten das erste Level geschafft. Also, ha. Ihr seht's, ich bin richtig gut. Kill Justin Bieber. Ja, das... Das mach ich... Das spiel ich gerne hier. Kill him. Ah, okay. Maus aus dem Bildschirm hier kurz. Nice. Ah, jetzt muss ich hier nach hinten, oder? Tja, Justin Bieber. Bist wohl tot. Klaustrophia. Was? Klaustrophobia. Afraid. Nein, ich hab keine Angst. Okay. Ah, muss ich da jetzt durch? Welcome to Klaustrophia. Und durch... Nein. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Papi, was ist das? Was geht ab? Oh mein Gott. Oh. Gah. Was ist hier los? Und wieso... ...sind meine Arme gebrochen? Finished this way. Okay. So, gut. Nächstes Level. Avestone Pogo Jump. Pogo Jump finde ich auch hammer nice. Aber man muss es auch können. So wie ich. Nein, natürlich schmarrn. XD. Fragezeichen. So. Hä? Wieso springt der denn nicht gescheit hoch? You're getting... Nicht zurück. Ich hasse es, wenn man mit Pogo Jump immer zurückspringt. Das kommt schon. Ah nein. Also ihr seht schon, ich rede schon so... ...so wenig, weil ich mich so konzentriere... ...dass ich da jetzt nicht wieder zurückspringe. Und dass ich da rüberkomme, hier endlich. Nein. Oh, hätte ich mich weiter gedreht. Uff. Jetzt. Jetzt. Nein, das ist auch so scheiße, dass man den nicht lenken kann. Der springt einfach nur hoch geradeaus und... Ja, verlier ich mir einfach mal einen Helm hier. Ist doch auch egal. Ach, komm schon. Das gibt's doch nicht. Wieso springt der immer zurück? Jetzt. Nein. Ach, komm schon. Ja. Okay. Komm mal da hoch hier. Ach, doch nicht wieder runter. Wir wollen die Treppe hoch. Nein. Und gleich zwei Stufen auf einmal. Wie ein Pro hier. Jetzt hier runter. Thanks for playing. 151 Sekunden, okay. Komm, noch ein Level schaffen wir noch. Harpoon Run. Okay, Rate 5, please. Mal schauen, wie das so ist. Hier die Nougat-Schnitte. Ist, glaube ich, ein bisschen zu langsam, aber nur ein bisschen. Das D-Shirt ist schon ein bisschen schneller. Nee, eigentlich nicht. Komm, noch mal das Moppet hier. Okay. Nein. Ach, da werden wir aufgeschlitzt. Komm schon, Herz. Du schaffst es. Du schaffst es. Komm schon. Oh, das ist aber lang. Hä, ich bin doch angekommen. Wieso habe ich nicht gewonnen? Ich bin doch angekommen. Ha, dann halt noch mal. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Nein, nein. Ich... Ich habe dann wirklich noch gelebt. Nimm sie, aber lässt mich in Frieden. Oh, diese Harpoon Run ist aber schon heftig. Oh, das ist doch... Ist es überhaupt machbar? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Meine beiden sind noch angekommen, aber der Rest... Der Rest ist dann so... Verschwunden. Ach komm, das ist doch ein Scheiß. Das ist doch viel zu lang. Okay, auf jeden Fall. Das war es mal mit der ersten Folge. Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen kurz. Aber, wie gesagt, das ist das erste Video auf meinem Kanal. Ich bin auch kein Partner. Ich kann auch nur kurze Videos hochladen. Und ja, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch, abonnieren und was weiß ich, was ihr wollt. Dass ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und ja, ich würde mal sagen, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank.